Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milz? Mit ohne. Stefan, eben habe ich zu einer Kundin gesagt, sie tankt super. Da meint die, danke für das Kompliment. Hä? Sie hatte einen Diesel. Aber da siehst du mal, wie verzweifelt wir Frauen nach Komplimenten dürsten. Anke, warum lässt du so Haare eigentlich nicht wachsen? Weil die so schön sind, Stefan. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ich meinte am Bein mit Wachs. Einmal die vier und eine mit Liebe gemachte Leberwurststulle. Sie sehen beim Schmieren immer so süß aus. So geht das, Stefan. Gerne. Ihnen wollte ich schon immer mal eine schmieren. Also Menschen machen übrigens am liebsten Komplimente, die ihnen auch selbst gerne zugeschrieben werden. Los, Stefan, probier es doch wenigstens mal. Also gut, Anke. Du bist der einzige Mensch, der Fabel in mein Leben bringt. Respekt. Danke, Stefan. Geht doch. Bei deinen Preisen ärgere ich mich jedes Mal grün und blau. Nach dem Tag, wir haben 32 Euro, sammeln Sie Sympathiepunkte, haben Sie eine Net-and-Win-Card oder sind Sie im Charming-Bär-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Läuft bei dir. Anke ist tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. bei Tomah. Bei seiner Ger Fest. Bei Der. Bei堂 Werder. Bei voi. Beion. Bei sehr�� Karl! Bei mir. Vielen Dank.